so damit man mich eben als offizier finden und sehen kann bei welchem regimen hat abgeschaut das war mein erstes regiment das nummer 31 nach gibt es mittlerweile lange nicht mehr das ist waren die ich dir nicht glaube dass das banner genau das banner was aus den siebenbürgischen gebiet kommt hat was mit dem hr zu tun ja klar linkstaffeln wir werden zwischen den baum und mir eine information bilden und dann auf die linie schießen dahinter kommt und freies feuer wir wollen sie nur von der posi weg holen schöner schluss nice und nach links drin nachladen so ich finde auch sehr schön und weiter schießen weiter schießen schön auf die stellen sich schon noch für uns rein da aber kriege ich habe kurz überlegt ob ich das meme in die lb gruppe vom 34 check aber ich habe mich dann doch zurückgehalten naja das wäre glaube ich schon leicht zu offensives teilen so das ganze freies verhalten halb rechts und mir nach so das erste mb spielt heute leichte dementsprechend für jeden ersten mbler den er schießt einmal legionen schreiben so freie leichte formationen links von mir halten freies vor auf die flagge da auf 12 uhr abklinge nicht vergessen das war das war ein hit aber kein kill hit ist gut hit ist gut mindestens rücken unsere verbündeten jetzt vor so weiterschießen auf die kraft gleich falls den kurassier sieht freies verhalten halb rechts mir nach nein freies feuer halten hier hier ist nix mit freies verhalten aber ich finde es wirklich lustig dass du das jedes mal hörst ohne witz ich kriegs nicht mehr los das ist wie agathe bauer hier bei der tür erstmal halten kleiner ohrwohnen sagst du clouding hier zu machen gleiche informationen hinter mir halten bei der steinwand halb links freies feuer entferntet sie ich habe keinen schaden gemacht welche informationen war sehr schön sehr schön zwei noch versucht sie zu erwischen den der zu fuß ist ignoriert rechts 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 abklingen nicht vergessen dann kann euer teammate über euch schießen ich dachte schon ihr wart das links leichter das ganze weiter schießen weiter schießen weiter schießen auf die leichte das ganze halb links marsch hopp 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 links staffeln links staffeln jeder kein vordermann kein hintermann und etwas schwenken wir werden gleich in die tür reingehen wo wir rausgekommen sind schön macht ihr das schön macht ihr das sauber so weiter 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 so ich glaube die tür werden wir doch nicht nehmen weiter 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 ja das erste eb rannte gerade raus dementsprechend so und hinterm offizier gleich einen rein so schön macht ihr das keine verluste ein paar kills und hier um die ecke zwischen dem baum und der kante nachladen abklingen abklingen nicht den offizier abstechen so kennt ihr auch den trick zum leise nachladen da muss ich ihn abstechen darf darf ich ihn abknallen nein man muss nicht um leise nachzuladen muss man in der zweiten nachladeperiode das abbrechen und dann neu starten so wir warten hier kurz was ist denn die zweite periode beim nachladen muskete nachladen hat drei phasen genau es kommt halt die erste phase dann stellst du die muskete so auf dass die zweite phase und da muss das nachladen abbrechen genau links staffeln ausfächern 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 nutzt das 50 als miet schild also ja phase ist ein besseres wort als periode glaube ich aber ja 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 es lebt ihr schafft das oh sauber schuss da waren es noch drei okay nabend damit mal kommen sie alle ich glaube ich werde einfach meine aufnahmen so 15 minuten später starten dann sieht es immer so aus als wenn wir gleich schon mehr am anfang also gefühlt die ersten 15 minuten wo die periode ist wo die leute dann faktisch kommen so und hier links staffeln leichte informationen links von mir erhalten freist auf die leichte dahinten hoffentlich schreibt ihr gleich legion das ist ganz einfach die ersten 15 minuten sind einfach die aufwärmung und da muss man ja nicht dabei sein der beweis haben wir sind unterwegs zum spawnen wundervoll so informationen in der steam gruppe wir sind russland dritte kaff die ist als linie gescriptet also wir sind leicht infanterie klassiker so hartmann du müsstest eine kolonne sehen die richtung spawn rennt ich glaube ich sehe dich da hinten sogar schon so als punkt ja ich sehe da irgendetwas leicht rötliches das ist aber hart das ist ein anderer vor mir was imposter aber ich sehe euch ist das nicht unser banner ne er hat den litauischen ah ok jawoll das gesamte umarm so und ein rein hey sie vermehren sich so jetzt wo wir so 10 minuten gejoggt sind können wir zurück zur schacht cardio das ist gut für uns so links staffeln leichte formationen links von mir halten und freist auf die weißen super ich freue mich schon drauf so weiter schießen weiter freies feuer nabben das müsste dann der eizmann sein nabben hallo so freies feuer los ihr seht ihr ich habe es gesagt die ersten 15 minuten da kommt niemand eizmann einfach ehrenmann zwischen 12 und 18 sind mehr leute gejoint als in den ersten 10 minuten des events das fällt dir ein kommunikation und so gesprochen wird nicht akzeptiert das gesamte zum offiziersprock oben zurückfallen zu beiden seiten staffeln links rechts links rechts und das gesamte erstmal linienformation hinter mir halten nachladen informationen linienformation keine abstände wir machen es flott und knackig nur nachladen ach ja ok hahaha ja ich merke das problem so mir nach leichte formationen leichte formationen links staffeln so links vom baum leichte formationen halten und freies feuer auf die kavalerie schießt sie vom pferd links linie links linie runter von der brücke von der scheinmauer runter von der scheinmauer so das gesamte halbrechtes marsch wir gehen nicht in den charge so zur nächsten steinwand vorrücken rennt zur nächsten steinwand nutzt er als deckung was die hartmann da linie aufstellen der rest hopp 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 zur nächsten steinwand hieß es nicht die rüber 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 bis wir deckung haben hieß es ihr macht das alles falsch ich mein da war Deckung aber da war Deckung von der Falsch ja da war auch nicht rein hallo 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 ich bin jetzt eine company of heroes einheit und nehme die falsche deckung herrt marsch so folgt dem flagger so folgt dem flagger und jetzt rechts bei der steinmauer deckung holen und dann freies vor auf die weißen genau hier schön sucht macht es so dass ihr deckung habt das problem ist meine augen haben auch so deckung vor der nase da sehe ich so viel schreibe auf die weiße schreibe auf die weiße es ist schon unterton es ist nicht wichtig wenn du einen der freies verhalten das gesamte halb links wir folgen wir folgen halb links mir nach ich springe komm 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 aufwachen ja Leute Zaun als Deckung nutzen und Anti-Cuff schützen flagger dismounted sie einer ist dismounted weitermachen zwei dismounted doppelt die die auf dem boden sind nicht zu weit weg von von der flagge die stacken sich tuttet die die sich stacken zwei zu fährt nice einer noch einer noch Nummer 59 ist da wir sammeln uns beim offizier habt ihr das gerade gesehen ne ich weiß es so wir haben keine tickets mehr das war's mit dem ersten leben also der gegner hat keine tickets mehr dementsprechend werden wir jetzt einfach mal rein chargen wir werden einfach rein chargen ich kann uns ja die flagge troppen und jolo gehen nein du nicht genau warte du nicht nein hartmann nimm meine muskete gib die flagge her mach das safe warte hier ich will da drauf schießen ich muss da drauf schießen so heute schießen jetzt haben wir ein leichtes problem meine herren die gegner sind da und unsere verbündeten sind dahinter dementsprechend bleiben wir hier. Ich würde schon gerne eigentlich mindestens zur Flanke gehen. Falls der Gegnerblock zu uns kommt, das will ich alleine stehen. So eine schöne Trennung. Wenn der Gegnerblock zu uns kommt, dann schießt unser Team ihn in den Rücken. Und wenn unser Team den Kampf verliert, dann spawnen sie hinter uns und kommen her. Also es ist ein Win-Win. Ja, ich halte nicht so ganz. Auf jeden Fall, freies Verhalten. Freies Verhalten, freies Verhalten. Das kann man halt pressen. So. Und das kann man mir nachüberspringen. Das heißt zu Ende nachladen. So. Ich bräuchte mal gleich einen Flagger als Freiwilligen. Linksstaffeln, gleich die Information links von mir hier halten. Davon haben wir auch immer so viele. Ja, so. Flagger. Du musst mal durchs Schluss gehen. Nein, weil der hat keine Kugeln. Das heißt, preies Feuer, Leute. Worauf? Ui, es ist gar nicht tief. Okay, preies Verhalten, preies Verhalten, preies Verhalten. Wir laden nach. Das Gesamte von der Mitte aus. Ich bin der Offizier. Von der Mitte mir nach. Das heißt, wir bilden einen Keil, während wir vorrücken. So. Grab ja irgendwie nicht so gut. Nee, irgendwie nicht. Einreihen. Und jetzt. Rechtsstaffeln. Unser Team rennt, rennt, rennt. Sehr stark. Das war eine beeindruckende Salbe. Ja, Abstände sind auch nicht zwei Mann, aber... Ja. Abstände bitte auf zwei Mann erhöhen. Autsch, natürlich. Ey. Seht ihr, ich hab den Abstand vergrößert zum Nebenmann und schon lief's besser. Was sagt uns das? Du bildest die Dinge. Das kann sein, ja. Hetzmann, lass dir das nochmal durch den Kopf gehen. Oh mein Gott. Das war, das war ein guter Mann. So, das kann mit freies Verhalten. Rechtsstaffeln. So. Leichte Formation. Rechts von mir hier halten. Rechts um. Freist Feuer auf die blauen Hosen. Keinen Teammeter schießen. Zielt auf den Flagger. Zielt auf den Flagger. Immer auf den Flagger. Konzentriert schießen jetzt. Sauber. Weiter. Beim Flagger stacken sich immer mindestens ein bis zwei Mann. Der CL merkt, glaube ich, nicht, dass die von hinten beschossen werden. Sir, ich seh den Gegner vor lauter Leichen nicht. Echt? Werden überrannt? Egal. Ja, das gesamte halb links Marsch. Vorwärts. Nach links, vorwärts Marsch. Wir gehen über den Fluss. Eis, meine Dear. Der Männer rechts dann. Über den Fluss. Wir ziehen auf dieses kleine Stück Eis auf 12 Uhr da. Die sind nicht auf 9 Uhr. 12 Uhr ist geradeaus. Danke. Danke für die Erläuterung. So, unser Team rückt gerade über rechts vor. Aber wir haben dafür kurz Zeit. Das gesamte halb links. So, ich spiele da vor den Rekruten PVA. So. Ich bin ja auch in der Bromose entstanden. Der Flog ist ja ein Monat. Das ist ein Monat. Ja, besser erkenne man es. So, auf jeden Fall. Ihr dürft im Hintergrund schauen, wie unsere Verbündeten sich mit dem Gegner-Team metzeln. So, PVA. Du bist jetzt seit länger als einem Monat im Regiment. Du hast, ähm, ja. Du bist zwar bereits ein erfahrener NB-Spieler, aber dennoch neu im Regiment. Aber du hast dich gut angepasst und, äh, wurdest auch schnell und flott ein tüchtiges Mitglied im Regiment. Und dementsprechend befördere ich dich hiermit in den Rang des Gemeinden. Du darfst oben blocken. So. Glückwunsch. Das Gesamte zu mir. Mir nach. So, leichte Formation links Staffeln. Leichte Formation links von mir hier halten. Freist vor auf den riesen weißen Blob. Schießt da schön rein in die Flanke. Ich fand das einfach lustig, wenn so eine große Linie übers Eis geht, dass da die Hälfte, äh, hinfällt. So, Eizmann trifft. Wer hast du gezielt, Eizmann? Punkt wo war wo? Oh, Terrafox getroffen. Ähm. Ich kann nicht mehr Dürer nicht betonen. Er wird sein Geheimnis mit ins Grab gelten. Echt so? Mann, das war sogar das erste. Im Wetter kann man so nicht auf uns sitzen lassen, Leute. Abstände vergrößern. Abstände vergrößern. So, PV, jetzt was wir nach hinten. Passiv. Kommt, kommt, kommt. So. Genau. Das hast du davon. Das hast du davon, oder auch? Okay, nein. Jetzt kommt der Jura-Hammer von Chroma. Regiment in Schutz. Nein, du hast halb links zu mir. Könnte nur heißen, dreht euch nach. Okay, 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 ja. Ich verstehe, wie es verwirrend ist. Gut. Klaut einfach nicht mit die Flagge. Wir haben einen Traum. Joink. Rob die Flagge, bitte. Oh nein, die haben sich gedreht. Die schießen jetzt auch auf. Zu beiden Seiten Staffeln. Links, rechts, links, rechts. Und zu beiden Seiten Vorrücken. Alter, Vorrücken. Links, rechts, links, rechts. Warum bist du nett zu anderen Menschen? Weißt du? So, zu beiden Seiten leichte Formationen halten. Und freist Feuer auf die weißen Obsolve-Uhr. Ja, genau. Ich finde, wenn Schizzle sagt... Ich bin damals gepanischt für Trollerei. Warum sollten wir dich auch machen? Facts, Junge. Facts, Digger. Ich finde ja, wenn Schizzle sagt, warum bist du so, erinnert mich das ja an Drachen Zimmleichtgemacht. Wo er sagt, hör einfach auf, so zu sein. Du hast gerade alles an mir angedeutet. Oh ja. Das ist total facts. Ich hör, Digger. Ich weiß, dass sie Deutsch sind. Du kannst denen Deutsch schreiben. Ja, aber dann versteht's ja, der Rest ist sowas nicht. Das gesamte zum Offizier. Wir bilden die Anti-Kaff-Kugel zum Offizier sofort. Schießt jetzt noch, wenn möglich. Wir sind noch nicht im Charge. Und Informationen. Oh, schöne Schüsse. Und Anti-Kaff, los. Tötet es. Tötet die Pferde. Es ist, es ist, es ist. Einer ist im Kreis. Einer nicht mehr im Kreis. So, das ist das Bär. Die können nichts. Macht sie weg. Ihr seid besser als ihr. Ja, die können nichts. So, und sobald der zu Fuß tot ist, zwischen dem... Kommt, Leute. Dammit. So, zwischen Fläger und mir. Wow. Fläger und mir leichte Formationen erneut bilden. Kommt. Fläger und mir leichte Formationen erneut bilden. Kommt. Hier, hier, hier. So, nachladen, wer nachladen muss. Abfechern. Kommt nachher, Hartmann. Wir sind leichte. Macht Abstände rein. So, alle, die jetzt... Nicht schießen, nicht schießen. So, Linkstaffeln. Sorry, Eizmann. So, wir nutzen jetzt das AF als Deckung. Ein rein. Wer ist eigentlich Caillou bei diesem Event? Es ist ein angetagter... Albrechtsmarsch. Eichte Formationen rechts von mir halten. Freisfeuer. Ich würde auf den Blob schießen, der sich bewegt, aber ihr dürft das eigentlich nicht aussuchen. Ähm, ich wäre mal der Meinung, dass es ein Kind ist, was Krebs hat. Ja, eben. Ja, da... Jetzt ist er erwachsen und der spielt Ende. Das ist mein Charakter-Development. Warte, Caillou hat Krebs? Ja, warum glaubst du, hat er sonst einen kahlen Kopf? Freies Verhalten, freies Verhalten, halb links. So, sobald nachgeladen, mir nach. Meine Kindheit wurde gerade geschreddert. Wirklich? Ja, warum glaubst du, sonst hat er keine Haare? Keine Ahnung, vielleicht war das junger. Weißt du, ich dachte immer, ich habe mir das nicht. Wie viele Achtjährige kennst du, die keine Haare haben? Ich wusste nicht, dass der Acht ist. In dem Intro-Song sagt er, er ist Acht. Nein, bitte, der ist vier. Also, was ist mit dir? Rechte Formation, Reis für mich halten, freies Feuer. Stimmt, ja. Das ist vier Jahre alt. Warum hat er keine Haare? Ausfächern. So, Hartmann sorgt dafür, dass die Abstände zwei bis drei Mann sind. Ja, weil, raus da. LOL. Hartmann wird andere Methode verwenden. Ich wurde bis der Pistole erschossen, by the way. Der Fein fand ich mich. Ach nee, es ist eh wenig. So Leute, jetzt müsst ihr aber mal besser treffen als die. Für diesen Kick musst du nicht mal. Leute, komm. Der Gegner trifft besser. Alter. Weißt du, komisch, mach das nur, weil ich deine Aufmerksamkeit habe. Also, ihr müsst jetzt hier nach links kommen, Basti. Ja, nach links aufrücken. Denkt an die Abstände. Eigentlich finde ich ja anders. So, links auf den Blob schießen, der sich stackt für uns. Ja, aber der Offizier steht links. Du musst also sich nach links ausrichten. Das stimmt. Boah. Okay, Leute, wir verlassen die Formation. Das kommt ja halb links, Marsch. Halb links, Marsch, überspringen, überspringen. Linkstaffeln. Leichte Formation rechts von mir halten. Versucht eine Kuhle als Deckung zu nutzen, aber berücksichtigt die Abstände. Was für eine Kuhle. Das ist so 10 Zentimeter. Das ist ein 10 Zentimeter Vorteil. Ja, das ist gar nichts. Kommt. Schieß auf die, auf das Marine. Da bist du. Leg mal an, warte. Leg mal an, leg mal an. So, Leute, Kraft hat Priorität. Man hat es nicht gefixt. Naja, ich wollte dich auch nicht vertreten. Woher hat der jetzt die Pistole? Yay. Ja, ich weiß es. Ich hoffe, dass die Verbündeten sich um die kümmern. Jo, das kommt der halb rechts Marsch. Vorwärts, 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 vorwärts. Allein. Weg, 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 weg. Kommt, wir chargen die Flagge da weg. So, der restliche Teil wehrt sie mal ab. Der Rest holt sich hier die Flagge. Rechtschaffeln und Charge. Ja, wer droppt da rein? Why? Why? Der hat ohne Rambo hier ein. Das ist schlimm. Oh, nice catch. Ja. Ah, fuck, versuch den Flagger zu töten. Unsere Kraft ist ja jetzt auch da. Ja, wir chargen einfach weiter. Einfach weiter chargen. Das ist ja, du kannst gehen, du kannst die Kaffe machen. So. Leute, es ist ein Allcharge, unser letztes Leben. Ab da rein da. Ich wollte nämlich sagen, wenn du das jetzt weiter machst, dann tätig die Kaffe. Einfach aus Versehen. Aber. Okay. Alles gut. Ja. Ich kriege ja den Klatsch und Kicken. Ich arbeite dran, Bühr. Stopp, hier, Mann. Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht so sicher. Das heißt, es sind zwei verschiedene Leute, die das spüren, also KK-Discord versus Server. Aber das ist so... Wie oft darf das erste E-Videos noch bespannen? Ja, K.U. ist im Spawn, falls ihr euch den anschauen wollt. Das ist übrigens genau derselbe wie damals in der Serie. So, Linkstaffeln, leichte Formation links von mir hier halten. So, kein... kein Nischießen, Nischießen, Nischießen. Leute, Liniebegradigen, was ist denn das hier? What the fuck? So, Eizmann, ja, 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 Tompa. Mach die Linie wieder gleich. Wenn du jetzt einen Screenshot machst, meinen alle, dass du in den Single-Play gegangen bist und mit so ein paar Bots die Linie aufgestellt hast. So, sehr schön. Der Screenshot wird heißen, meine Bots. Das kommt ihr mir nach. Linie im Laufen bilden. Mit der Aufschrift von PVA. Auf die Kaff, auf die Kaff. In den Kibels Namen. Und dann darf der, der Admin, der im selben Regiment ist, hier sonst was in den Chat schreiben. Ja, weil das nicht... So, und schießen, 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 und... ...der Verwaltung. Anti-Kaff, tötet sie. Ah, er hat mich sowas getötet. Bleibt bei der Fahne, verbündete Linie ist da. Einfach... Das war der Falsche. Einfach... Ja, Kaff ist... Ja, Kaff ist eigentlich jetzt bereinigt. Versucht Linie zu bilden und erschießen. Linie. Schön macht ihr das, schön macht ihr das. Holt ihn euch. Linksstaffeln. Oh, halb rechts marsch. Kommt, kommt. Echt so. Und das ganze leichte Information hinter mir bilden. Halb links, freies Feuer auf die Flanke. Rein da, rein da, rein da, rein da. Nice. Ja, okay, da bin ich schon einverstanden manchmal. Aber ich find's gut, dass Chroma da ist. Und das ist... Es ist... Es ist... Es... Es ist... Es ist, weil ich Sprint... Ja, es ist Sprint. Schöner Schuss. Freies Verhalten. Halb links. Halb links, kommt Leute. Zu mir, mir nach. Ich? Links Staffeln. Ein rein, ein rein und links Staffeln. So. Sorry, sorry, sorry. Ich verstehe die Verwirrung. Wir machen es trotzdem fabelhaft. Kapp, 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 kapp. Oh nein, die Kapp. Ins Kornfeld, ins Kornfeld. So, unten blocken vorne. Es ist immer frei. Unsere Kapp ist da. So, wir bleiben hier vorne, wir bleiben hier vorne. So. Kommt man zum Offizier? Du siehst meinen Banner. Du siehst meinen Banner. Du siehst meinen Banner. Siehst... Oh fuck. Das war ein Gegner schon halt. Es kommt einer auf euch zu. Hier. Ah ja, da ist er. Okay, okay. So, jetzt kommt er zum Offizier. Ihr seht das Banner. Hier sieht das Banner zum Offizier. Oh nein. Ich hab'n Schuss. So, links Staffeln. Hier am Corner. Und jetzt wird geplänkelt hier. Jetzt wird die Grenadiere hier weggemacht. Die Grenadiere werden hier weggemacht. Sehr schön. Und Charge. So, Flagge holen? Ja, okay. Wir haben keine Tickets mehr, aber trotzdem. Zurück, zurück, zurück. Hier ist offenes Felde. Wir werden hier zerschossen. Deckung, Deckung, Deckung. Weiter, 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 weiter. Ich find's schade, dass wenn man die Flagge holt, dass man keine Zusatztickets dafür bekommen kann. Dass man nur die vom Gegner abkriegen kann. Zur Mühle, zum Offizier. Das könntest du ja mal ansprechen. Die Idee ist ja nicht ganz schlecht. Ich glaub'n, grade bin ich auf schlechten Themen mit den Admins. Das könntest du ja mal ansprechen. Leichte Fumation links und mehr halten. Freis Feuer. Wie kommst du denn da? Ich weiß auch nicht wie das kommt. Freis Feuer auf die Weißen. Diese Auseinandersetzung gerade ist ein Highlight. Wir haben die Komplätze. Hitter, 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 Hitter. Holt ihn euch. Nice, krummer. Der Mann der Stunde. Was ne Überraschung. Ich schieße in den Millie da rein und werde kein Ziel gemacht. Auch kein Kill. Also es ist ein Win. So jetzt mache ich aber. Enttäuscht. Wer weiß nicht das Ding auf dem Schreibtisch. Das ist kein Soundboard. Der hat das Ding in echt. Ja, ja. Es fehlt hier ein Soundboard. Ich habe nicht gesagt, dass das ein Soundboard ist. So meine Herren. Bitte kein Teamkling machen. Ich glaube das war's mit dem heutigen Event. Bitte dementsprechend GG reinschreiben. Oh, ich wollte als Lancer respawnen. Das ist nice. Alter, komm mal her. Ja, das ist richtig schön. Also Magdeburgische Nachbeschreibung ist immer was Tolles. Das ist die Troll der einfach einen Scheiß ausschüsselt. Das ist die Troll. Das ist die Troll. ertaft. Bis zum nächsten Mal.